Ja, eingängige Melodien und böse Texte, das ist ja das Markenzeichen für viele traditionelle Koblés. So auch für dem. A alte Oma ging spazieren, an der Hand ihr Enkelkind. Diese sollt die Oma führen, denn die gute alte Frau, ja, die war blind. Diese sollt die Oma führen, denn die gute alte Frau, ja, die war blind. Und dann kamen's an, an Graben, am Ortsend beim Eichbrei he. Oma Hupfmoll sprach die Glanne und die gute alte Frau schoss in die He. Oma Hupfmoll sprach die Glanne und die gute alte Frau schoss in die He. Ja, des fand des Kind so adli, wenn's die Oma hupfen sah. Oma Hupfmoll sprach's dann bitter, obwohl doch gar kein Graben in der Nähe war. Doch des sah der alte Brauer, er war des Kindes gescheit entbehrt. Horch mal zu, du glanne Frecker, Dei Benehmer find' ich wirklich unerhert. Horch mal zu, du glanne Frecker, Dei Benehmer find' ich wirklich unerhert. Darauf sprach des glanne Madler, Ach du Brauern, sei jetzt still. Des is von mei Oma und nen Dei Oma, Die kann ich humpfen lassen, wann und wo ich will. Des is von mei Oma und nen Dei Oma, Die kann ich humpfen lassen, wann und wo ich will. Also flecker, würde ich jetzt kurz Sex eine Gargang Jollacka zu machen, … Jaannya soll nicht, ich bin einهller mit einzelnen Schmerzen. Untertitelung des ZDF, 2020